Du hörst eine Stimme, die sich über die weiten Ebenen erstreckt. Fächer der Zeit, Schichten von Bergen, die sich heben und senken. Jeder Abgrund, der sich neben dir auftut, ist ein Einblick in die Geschichte deiner Spezies. Die Kälte ist die der Eiszeiten, der Verschiebungen tektonischer Platten. Deine Tempel finden sich in den Spalten der Klüfte, der Gebirgszüge. Du spürst ferne Galaxien über dir, sie leiten dich, Landkarten des Himmels. Du folgst diesem Kompass, dem Blick gen Tiefe. Du, du gehst auf der Grenze zwischen Erde und Himmel. Du veränderst deine Gestalt. Du suchst Wasser, du suchst Wärme. Du hast Angst, du wirst ankommen. Diese Wüste ist die weiße Seite, auf der deine neue Geschichte geschrieben wird. Die weiße Seite, auf der deine Rechte gezeichnet werden. Die gabern Bedürfnisse. Eine只lle Leute an Проizente gezeichnet werden. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG